Drücke E, um den Hut sortieren zu lassen. Schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sie zu beweisen. Ich werde alle töten. Slytherin. Ich werde Slytherin. Wieso werde ich Glyphendo? Ich werde Slytherin. Ey. Ey. Woher wusstest du das? Ich will nicht Gryffendor. Ich will nicht Gryffendor. Ich will nicht Gryffendor. Nein, Gryffendor. Scheiße, ich will Slytherin. Hey, wie kann ich... Ey, ich will nicht. Ich will Slytherin. Ich will zu den anderen. Wie komme ich zu den anderen? Ich will zu Notch und so. Die sind alle Slytherin. Bruder, die sind alle Slytherin. Ich will auch dort. Ich will nicht der Gute sein. Nein, auf keinen Fall. Ich will Slytherin. Wie kann ich ändern? Chad, sag mal bitte. Wie kann ich Slytherin? Ja, ich habe die jetzt schimpft. Hallo? Junt. Junt ist da. Sie müssen sie hier aufsuchen. Scheiße, mein Ding ist sogar kauf in Köln. Gehen sie hier zum Hut. Ich glaube, bei der Geschäfte war noch gut. Ich kann sie gar nicht verstehen. Egal, bist du dran, sie jetzt, mein Lieber. Slytherin, willst du mitkommen? Ja, natürlich ist das legal. Wir haben eine Genehmigung. Ich bin Affelbub. Das bedeutet, dass du ein verdammter Muggel bist. Das ist ein Schadenszauber. Ein Muggel. Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, Chad. Wie geht es weiter? Kommt kein Bock mehr hier. Sag mal, ihr seid ja schon lange hier. Richtig? Ja. Kann man so sagen. Ja. Ihr seid im sechsten und der dritten Jahr. Worum geht's? Hey, hab keine Ahnung. F4. Wie ist du raus gerade? Tschüss. Schmeiß mal den Koffer jetzt weg. Geh mal hier zu dem Hut. Du bist ja noch in Haus, oder? Was ist das? Was ist das? F4. Sag mal, es ist doch ganz einfach. Exodus, was bist du geworden für ein Haus? Ah, hier kann ich mich umziehen, oder? Er hat noch gar kein Haus, oder? Ja, natürlich. Er hat ein Haus, das hat er Gryffindor bekommen. Ja, dann gehen wir rein in Gryffindor jetzt. Ich hab keinen Bock auf Gryffindor. Das muss er jetzt da eben machen, ne? Ich bin auf jeden Fall. Aber dafür muss er erst mal. Ja, dann drück doch mal F4. Wo muss ich denn? Was, was mach ich hier? Was mach ich hier? Ich bin komplett verwirrt. Warte, soll ich dir die anzünden, Kollege? Warte, hier mit dem Feuerwerk. Du musst bei deinem Haus einen aussuchen. Ich bin Schüler ohne Haus. Nee. Ich will Slither. Slithering. Aber hier steht doch, Leute, Schüler ohne Haus. Hier steht doch, Schüler ohne Haus. Was bin ich jetzt? Komm, wir gehen in den verbotenen Wald. Willst du mitkommen? Wir machen sie jetzt auf den Weg. Wo ist der verbotene Wald? Ich hab ganz andere Probleme. Und du willst irgendeinen Wald aufsuchen. Ja, ich kann dir den zeigen. Da gibt es ganz viele schöne Zauber. Zeig's mir. Okay, komm mit. Taylor, komm. Maximus, komm mit. Maximus. Ach, du bist kein Slithering. Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Jetzt hab ich's gecheckt. Welchen soll ich nehmen? Den ganz ersten? Soll ich den ersten nehmen? Wie geh ich in mein Haus? Wie geh ich in mein Haus? Und dann muss derjenige noch Leertaste drücken. Ah. Aber hier gibt's doch irgendwo einen Schrank, wo man sich umziehen kann, aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Ah, ha, ha, ha. Hermano. Oh, nein. Auf gar keinen Fall. Was ist denn mit dir passiert, Yaselemi? Er sagt, Yaselemi. Aha. Okay, wie, wie speichere ich's jetzt ab? Was war das? Den können Sie bei mir kaufen, den Zaun für ein bisschen Muggelgeld. Ach so, aber ich darf den nicht benutzen, oder? Ich bin ganz neu hier. Doch, natürlich. Als Schüler darf man den benutzen. Wirklich? Also, wir gehen jetzt in den verbotenen Wald. Willst du da mitkommen? In den verbotenen Wald? Ich weiß noch nicht mal, was ich hier tun soll. Am besten erst mal in den Unterricht gehen. Wo ist dieser verdammte Unterricht? Was ist hier los? Schönen guten Tag. Was ist hier los, was? Was geht hier ab? Ach, ein Zeug Gryffindors. Ein Weasley und keine Ahnung. Er ist Klössler. Ihr verdammten Muggels, macht euch weg. Hint fort mit euch. Was sagst du, Muggel, sagst du, Gryffindor, Muggel? Ey, beruhig dich, beruhig dich. Ganz ruhig. Bleibt ruhig. Moment, und er ist in der ersten Klasse. Mit wem redet ihr eigentlich? Eure Zeit wird noch kommen, wo die Gerechtigkeit siegen wird. Gryffindor, naja. Kollegen, wollen wir das anders reden? Ich würde sagen, wir gehen zum Duellierraum. Ey, wie macht man das? Du dreckiges Schlammblut. Was sagst du da? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Als erstes du? Ich habe gar nichts gesagt. Ey, wie macht man das? Wie macht man das? Ich glaube, das ist gar nicht gut für dich. Wie nimmt man einen Zauberstopp in die Hand? Der ist alleine. Der ist in der ersten Klasse. Geh weg, Havelpuff. Geht weg. Das ist mein Bray. Das ist in der ersten Klasse. Wir kommen bei uns drin. Geht so weiter. Geht so euch duelieren oder was auch sonst macht die Schlangen. Anklicken bei Mausrad? Ich kann gar nichts machen, Chat. Ich kann halt nichts machen. Willst du dich jetzt duelieren oder nicht? Trau dich doch. Du hast schon zweimal angefangen und ich habe mich nur gewehrt. Warum sollte ich denn jetzt der treibende Punkt sein? Komm, wir gehen zum Duellierraum. Es ist gerade das Wahlfach, das... Komm, wir gehen zum Duellierraum. Kannst du auch was anderes außer duellieren? Du bist dich mit einem Zweitklässler duellieren. Wie erbärmlich bist du, Blanko? Sag's mir bitte. Du redest so, als wärst du ein Fünftklässler. Jemand, der wie ein Fünftklässler redet, kann auch einstecken wie ein Fünftklässler. Falco. Das hat jeder Probleme mit Falco. Keine Probleme, aber Blanko. Ey, wie kann man üben? Wie kann man üben? Vielleicht bin ich's auch. Stimmt's, Snellrun? Natürlich. Seht ihr? Also. Wie komm ich zum Unterricht? Dass du immer versuchst, irgendwie eine Schar um dich zu scheuen, um wieder Größe zu sein. Könnt ihr mir sagen, wie ich zum Unterricht kommen kann? Anstatt euch hier zu bekriegen? Erstes Laufle... Such's dir selber. Hier rüber. Ihr verdammten Muggels, ich komme wieder. Wir sehen uns nochmal. Danke. Ja, es war genannt. Und dann wo? Erstes einfach Muggel. Äh, wo kann man trainieren? Äh, wo kann man zum Unterricht? Wie hast du... Wie hast du... Jetzt kriegst du Unterricht grad für dich, glaub ich. So, erst, Lissler. Mit dir haben auch noch eine Sache zu regeln. Was wollt ihr von mir? Du nimmst mich ein Schlammblut. Das hab ich gar nicht gesagt, das war der andere. Mein Vater und mein Vater sind beides Hexer und Zauberer. Reinglüter. Also bin ich reinglütig. Das ist eine Lüge. Lügenpotter. Ruhe. Ich heiße nicht Potter. Lassen Sie das Schlammblut in Ruhe. Sie Vogel. Okay. Los, renn. Renn, du, dein Hobbit. Also Ravenclaw will sich mit uns anhängen. Wo muss ich... Ich will doch nur zum scheiß Unterricht. Der scheiß Muggel. Renn, Ravenclaw haben Winions Verstand in dem Dön. Schnell weg. Lass mich hier nur. Das ist lange. Ey, erstklässler. Es gibt keinen Unterricht. Nur zum Info. Wie ist es? Es gibt keinen Unterricht. Bist du ein... Schau mal. Es ist du hier gerade und es ist Dings gerade. Es ist nicht für dich. Du bist erstklässler. Was ich mein? Ja, und was soll ich jetzt machen? Er nutzt ungefähr schwarze Magie. Da kannst du mit uns folgen. Da gehen wir zusammen hin. Okay. Und dann ist es so frech. Bleib dir nicht. Sowas würde ich niemals tun. Ich würde niemals jemanden beleidigen. Nein, niemals. Nein, nein. Was? Mila. Komm mit. Mila. Da ist Banko. Heißt ihr alle Mila? Ja. 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 Kann fliegen. Mila, komm mit. Wie die Schwalbe über Fujiyama. Hey. Erstklässler. Halt's auf die alle. Geht doch mal weg, Alter. Ich bin ein Mila-Fanboy. Ich bin ein Mila-Fanboy. Nein. Mila-Fanboy kommt mit. Gryffindor, bitte geht. Wir wollen kurz reden. Das ist nicht schön, es geht. Das ist ein privates Gespräch. Du dämlicher Ravenclaw mit den Scheiß-Ohr-Schützern. Geht weg. Wir sind ein paar schon seit langer Zeit. Nicht dein Ernst, Mila. Scheiße. Kalle, was ist hier los? Das ist frisch. Wie konntest du uns verraten? Du verdammter Ravenclaw. Du kriegst mich auf. Könnt ihr mir jetzt sagen, wo ich hin muss? Ravenclaw. Da hinter dir schon mal. Ja, wir haben gleich erst Unterricht. Wir haben doch gerade Pause, du verdammter Idiot. Okay. Verdammter Mogel. Puff, was willst du? Ready ist, zieh weiter. Komm, nervt mich. Okay. Du sagst zu mir, Muggel. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Hier, das wäre die nächste Klasse. Die Divisor würde in circa eineinhalb Minuten beginnen. Ah. Und da kann ich mitmachen? Ja, da würdest du bloß nur lernen und noch keinen Zauber bekommen. Weil die Zauber hier erst ab der vierten Klasse geht das nicht. Ach so, erst ab der vierten Klasse geht das nicht. Aber mit dem Animagus und Animagus kann man sich unterhalten. Ja, hier ist genug Platz für... Wie setzt man sich hin? Wie setzt man sich hin? Ja, komm, komm, komm. Wie setzt man sich hin? Ja, bitte, Bernd. Komm, setz dich hin. Bernd, schnell. Chat, wie setzt man sich hin? Alt und E. Umbridge will es verstehen. Ja, ich frage dich hin. Wie steht ihr? Hm.